Und wie viel brauche ich? Ja, warte, warte, warte. Ja. Komm nur nicht ran. Nein! Toll. Nein! Wohin fliege ich denn jetzt? Ich hoffe, das ist alles gleich noch da. Ich meine, ich habe jetzt hier was gefunden, aber... Ich meine, Hauptsache, die Dinger, die hier lagen, haben wir bekommen, ne? Aber, äh, wo ist das denn eigentlich? Oder ist das das, da oben? Äh, okay. Ähm... Das wär's gewesen. Dann ist das hier wahrscheinlich hier unten, ne? Ja, okay. Ich wollte nicht nach ganz unten, ich wollte eigentlich wieder hochklettern. Ich suche nur einen Punkt, wo ich nicht... Okay, warte mal. Ich mach das mal anders. Ah, verdammt. Jetzt ärgere ich mich, dass ich da hinten den noch nicht freigeschaltet hab. Meine Güte. Eieieiei. Okay. Dauert zwar ein bisschen länger, aber... Ich glaube, äh... Wir schaffen's trotzdem. Ich meine... Drei Ewigkeiten später vielleicht, aber... Ich weiß ja, wo ich hin muss, äh... Da vorne. Ein bisschen weiter außen. Hier ist ja auch noch was. Ah, hier ist ja überall was. Ich weiß, aber, ne? Warte, warte. Ich geh nochmal zurück. Ich möchte nur gucken, dass ich das da nicht in der Luft verpasse. So, wo willst du denn sein? Nicht da oben. Sonst würden wir den schon sehen. Wenigstens etwas. Dann muss es hier unten irgendwo sein. Sag mal, ist hier was hinter dem Wasserfall, oder... Ah, ne. Hier ist es. Ah, okay. Ich will die ja mitnehmen. Ja. Ihr wisst Bescheid. Genau. Nein. Einmal hier. Äh. Ach da. Na gut, dann gehen wir schon mal in die Richtung. Super. Ich guck hier nur wieder nochmal auf die Karte. Falls wir was haben, was wir mitnehmen wollen. Ne, da gibt's ja ein bisschen was. Ne, ne, das will ich nicht haben. Entschuldige, aber nein. Warte. Aus Dauer. Hui. Pass it up. Ja, nein, springe hoch. Ich weiß. Arte. Okay. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo das ist. Äh, nein. Wo ist denn hier der? Ich hör dich. Was ist er denn? Oh. Ähm, danke. Was ist das, was wir von ihm bekommen sollten? Okay. Oh, hier sind zwei gewesen. Okay. Ich hab schon... Ja, ja. Tussi. Tussi. Erd, ich nehm' ich noch mit. Okay, ich dachte nicht freigeschaltet. Ich war... ... grad'n bisschen verwirrt. Äh, nee. Warte, falscher. Falscher Charakter. So. Nee, danke. Nein, danke. Ich möchte keine Autogramme. Ich möchte keine Autogramme. Dankeschön. Ladies. Ich empfehle mich. So, was steht hier? Denn die Bannerleute anderer Länder werden aus der Ferne kommen. Die beiden grüßen sich wie Schuppe und Flosse, wie Fleisch und Knochen, auf immer verbunden der Herrschaft unseres großen Omikami dienend. Ah, äh, die zwei grüßen sich und so. Hm, vielleicht bedeutet das, dass wir die beiden Fischtatuen, die wir vorhin gesehen haben, so platzieren müssen, dass die beiden sich in einer großen Platte ansehen. Äh, Appetit auf Fisch. Ich nicht, aber... Du hast immer Appetit. Come on. Die hier? Äh, okay. So. Dann schauen wir da hinten auch nochmal. Glaube ich. Oh. Ähm, okay. Das war's, das Rätsel. Oh, Schieberätsel sind, wie gesagt, immer sehr leicht. Das kriegt man halt immer ein bisschen hin, ne? Wenn man probiert. Okay. Ja, ich sollte irgendwann mal gucken, dass ich immer mal ein bisschen, ne? Stärker werde, damit ich dann mein Level hier aufleveln kann. Hihi. Ich will ja ein bisschen stärker sein. Also nicht so... Ich möchte ein bisschen überlevelt sein. Mit allen Figuren, so ein bisschen, ne? Ich, äh, äh, wieder so Schwierigkeiten haben. Irgendwie leicht ist, dem Gegner nicht anzukommen. Warte mal, hier ist auch noch was. Davor... Ich seh ihn. Okay, warte. Ihr wisst... Ihr wisst es. Ich muss. Ähm, komm ich denn hier irgendwie... Ah, warte, ich hab ne Idee. Ich hab da... Ich hab beim Plan... Wird erst von anderen... Aber, ne. Ach, komm. Ich schaff's das. Okay. So, kommen wir nämlich einmal hier hoch. Wenn wir da runter springen, dann können wir Richtung Fels... Dings. Wenn nicht wieder genug Ausdauer hab. So. Ich hör dich. Da. Ich sag's doch. So. Ah, ich fall nicht auf die Karte. Huch. Ich komm hier hin. So, dann haben wir noch das hier. Wo ist das? Da unten. Okay. Aber da kommen wir so hin. Das ist schön. Die Dings holen wir dann das nächste Mal. Die anderen, äh... Weil ich mein, wir können ja jetzt hin schnell reisen. Können wir die anderen, äh, Dings hier, ne? Für die Statur. Dann holen. Okay. Ah, ja. Da vorne ist es auch schon. Kann man's hier auch nochmal machen, ne? Nein, wirklich. Ich hab gedacht, das dauert länger wie beim... Wie das andere. Obwohl, das ging ja nachdem, wir es wussten, auch schnell. Ähm... Was macht ihr hier? Außer, äh, Trainingsmaterial für, äh, Zhao zu sein. Die Sachen hinterlassen. Ich hab da einen Heil sucht. Äh... Wo ist eine andere? Ach da. Das ist eine, die sich einmischt. Over here! See denn hier? Ja? Oh. Oh. Okay. Nehme ich mit. Muss ich sie auch noch besiegen? Ernsthaft? Ich meine, ja, er gibt Geld und so, aber... Naja. Naja. Gibt ja ein paar Erfahrungspunkte und so, ne? So. Was haben wir denn? In dieser heiligen Halle wohnt ein göttlicher Segen. Schreite langsam und bedacht voran und folge den Lichtern. Laufe nicht alle niemals, verursache keinen Lärm und gezank und nähere dich nur mit Frömmigkeit in deinem Herzen für die Gnade unseres großen Omikami. Äh, also heißt das, dass wir keinen Stress machen und respektvoll sein sollen? Ähm, aber wie sollen wir denn unseren Respekt messen? Wir sollen den Lichtern folgen? Glaube ich. Ich folge mal, ne? Hm. Da hab ich wieder gar keine Ahnung. Ich hab ja die Seite noch offen. Äh. Äh. Hier. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Darauf wär ich nie gekommen. Aber da vorne ist ein Baum. Und wir sollen die, äh, Dings aufladen. Deswegen sollen wir da nicht so schnell dran vorbeilaufen. Glaub ich. Äh. 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 Ach komm. Okay, warte doch schneller. nur weil man bescheid weiß sicher ist nicht so geht nein ok ach so deswegen ach komm mal ein bisschen büschel weg er hat ein bisschen so kriegst gleich hin ach komm so schnell ach komm jetzt habe ich den hier nicht mitgenommen wollt ihr mich verarschen was naja wir haben jachscha dabei also jachscha sollten krank sein ne ok nehmen wir so mit ja gut das war sehr aufschlussreich aber einmal drücken und dann ja komm ich wollte eigentlich schon gleich teleportieren drücken aber irgendwie geht ja immer auf den anderen links ich habe keine ahnung warum aber egal moment ich habe einen schluck getrunken ok wo ist denn eigentlich der hier hier unter sorry muss sein muss einfach sein ich kann jetzt mal hier landen und dann ja ja können wir ja wieder hier hoch so aber hier schräg ich hasse es dass er nicht so über kopf greifen kann dass sie immer sich dann irgendwo wenn sie nicht dass sie da irgendwie hängen bleiben und dann sich die köpfe stößen so ja ja ich gehe nochmal hier hoch damit ich hier das herz wo ich stelle das herz nach vorne ach da ok voll dran vorbeigelaufen sorry zu juki zu joko willkommen zurück kann ich etwas für dich tun wegen der mission wir haben die vier geisterperlen und wirklich ich wusste ich kann ich ich könnte mich auf dich verlassen vielen dank dann sind wir nun noch nur noch einen schritt davon entfernt das letzte siegel zu brechen das herz entschuldigt ich muss euch bitten mit mir zu kommen ich hoffe das macht euch nichts aus da wir jetzt schon mal hier sind machte das ein bisschen nichts mehr aus stimmt ja ja ist in ordnung wir haben keine zeit zu verlieren brechen wir auf moment ein kleiner augenblick ich habe immer so ein problem mit den haaren und meinem ohr ok kann aufbrechen ach so ich dachte okay ich dachte nimmt uns jetzt mit so eine frechheit jetzt einfach hier stehen ich gehe mal von hier ach gut dann hätte ich mir das auch das ist natürlich doof hätte ich das auch jetzt machen können ach da einmal auf auf und davon ok sollen wir wirklich hier sein naja ist ne quest also who cares so dankeschön ein seltsames phosphorizierendes äh äh restierendes siegel auf dem ein fischsymbol angraviert ist auswählen und abliefern ok na dann oh das muss das herz sein ja wirklich ach nö nicht schon wieder oh ja das ist erfasst palmon äh ja ich hoffe es funktioniert wie das andere ok 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 hier va klar Wenigstens ins Wasser weh ich hier. Oh, kommt ein Mr. Krebs jetzt auf, aber ja. So, ach du bist noch versiegelt. Kein Thema. Dann machen wir die zuerst. Ach, noch einmal. Äh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Komm mal her. Okay. Ich geb dir mal was zu essen, ne? Bevor wir hier noch, äh, umkippen. So, ähm. Ich mach nochmal hier, äh, Stärke. Ich nehm mich denn mal das hier, ne? Ach, das hätte ich auch da nehmen können. Egal. Und so ne Fischerschnitte, komm. Äh, hier. Hier. Nein. Hier. Vielleicht nicht so intelligent, aber. Davon haben wir halt am meisten. Lass mich raten, die anderen sind wieder, äh, ne. Okay. Die anderen sind auch noch an, ne? Da? Ne, das in der Mitte ist noch nicht wieder. Das hat jemand gedreht. Ne, kann ich nicht machen, ne? Ach so. Aha. Muss halt an jeder Stelle mal campen. Muss halt an jeder Stelle mal campen. Natürlich. Jetzt müsste es aber. Ja. Ähm. Ah, okay. Komm. Très schnell, ah. Einfach mal hier mitbesiegen. Die haben mir nichts getan. Ganz unschuldig hier am Wegesrand sitzen. Außer der hier. Der hat gerade nach mir getroffen. Das habe ich gesehen. Das habt ihr auch gesehen. Ja, ist es. Okay, daran liegt es mir nicht. Wo kommt denn? Ich habe sie schon ein paar Mal besiegt. Wieso gehen die nicht down? Also sie müssten ja, ne? Ihr wisst schon. Das ist ziemlich gemein. Äh, ich habe damals mit 15% gelesen. Ich glaube, das ist besser. Äh, hier. Ach komm. Es gibt Fisch. Es gibt Fisch. Es gibt Fisch. Okay, ich gucke mal kurz nach. Ja, ja, ähm, aber... Das sind alle jetzt, ne? Das habe ich ja beachtet. Angeblich soll jetzt hier eine Szene kommen, aber... Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Okay, jetzt. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was jetzt anders ist, aber... Vielleicht musste ich ja die Dings wieder hoch machen. Weil das Gegenteil von dem, wie man es bewegen kann, ne? Damit sich das nicht mehr bewegen kann. Egal. Jetzt gibt es eine Szene und, äh, ja. Oh. Tropf. Ich will ja nichts sagen, aber ich will die Aufnahme erstmal beenden, nö. Das heißt jetzt nicht, dass Part Ende ist. Ich weiß es nicht, äh, wie ich das schneiden werde. Aber ich möchte nicht, dass sie sich selber beendet. Gerade, wenn ich dann gleich eine Cut, ne? Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen.